Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Mein Name ist Hauke Kerl von Dahua und ich werde Ihnen jetzt zeigen, warum die 4202 FPS2 die perfekte Türsprechanlage auch für Ihr Zuhause ist. Zu uns selbst, wir sind der zweitgrößte Hersteller für Videoüberwachungstechnik weltweit und haben ein deutschlandweites Errichternetzwerk. Das führt dazu, dass Sie sehr schnell, sehr professionell eine Lösung von einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe bekommen können. Die erste Frage, die Sie natürlich haben, passt die Anlage, kann die Anlage das, was ich möchte? Zum Thema passen, ja mit Sicherheit passt sie. Wir haben die Möglichkeit nach oben zu installieren, quer zu installieren. Es gibt Module mit nur einem, zwei oder auch drei Einheiten als Aufputz und auch Unterputz und wie Sie sehen, es spielt gar keine Rolle, wie ich das installiere. Sie können es, wie gesagt, quer als auch längs machen. Das funktioniert alles, also es wird auf jeden Fall passen. Auch dann, wenn Sie bisher nur mit IST-Kabeln, also 2-Draht, 4-Draht, diesen Klingeldrähten arbeiten, auch das ist kein Problem mehr bei uns oder auch, wenn Sie neue Netzwerkkabel haben. Auch hier volle Kompatibilität. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, was brauchen Sie alles und zuallererst, wie viele Personen sind Sie in dem Haushalt oder wie viele Parteien, so würde man das nennen. Und auch hier, ich kann Sie beruhigen, von 1 bis 40 Mietparteien ist alles kein Problem. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel, hier sehen Sie ein Dreiermodul. Sie können drei Dreiermodule quasi aufeinander stacken. Das hat man manchmal in größeren Bauten. Und dann können Sie sagen, okay, ein Hauptmodul, also eine Kamera und entsprechend 8x5 Klingeltaster. Hier haben wir so einen 5er Klingeltaster. Also ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Auch sehr wichtig natürlich das ganze Zubehör. Es gibt ja nicht nur Klingeltaster und nicht nur eine Kamera, Mikrofon gegen sprechen. Nein, viel mehr. Viele möchten mittlerweile mit einem Fingerabdruck entsperren. Hat mehrere Gründe. Man hat den Finger im Regelfall bei sich. Oder auch, man gibt gewissen Leuten, manchmal Kindern, ungern den Schlüssel zur eigenen Wohnung. Aber natürlich sollen sie doch reinkommen. Bitte schön. Und wie macht man das einfach hier? Das verliere ich nicht. Das habe ich immer dabei. Hier haben wir so einen Fingerabdruckscanner. Sehr genau, sehr schnell eingerichtet. Und Sie können so viele Finger hinterlegen. So viele Mietparteien haben sie gar nicht. Was wir noch haben, ist zum Beispiel ein Tastenfeld. Tastenfeld. Ein bisschen Oldschool ist es aber nicht. Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, jetzt kommt am Wochenende Tante Erna zu Besuch. Die soll bitte reinkommen. Aber Sie haben ja noch gar nicht den Fingerabdruck und wollen den vielleicht auch gar nicht von der Tante Erna. Was machen Sie? Sie erstellen einfach ein Code und geben Sie der Tante Erna weiter. Sie steht vor der Tür, gibt das ein und kommt hinein. Und zur Bildqualität kann ich nur sagen, es geht kaum besser. Wir haben hier in diesem Kameramodul, das Kameramodul ist bei uns übrigens das Gehirn des Ganzen, das steuert und berechnet alles und schickt alle Daten hin und her, eine Full-HD-Kamera mit einer sehr hohen Farbechtheit plus WDR. WDR haben Sie vielleicht noch nicht gehört, vielleicht schon. Das ist eine Gegenlichtkompensation, denn oftmals ist es ja so, dass im Hintergrund die Sonne scheint oder eine Straßenlaterne und Sie wollen ja trotzdem sehen, wer steht denn eigentlich vor der Tür, denn darum geht es Ihnen ja zu sehen, wer vor der Tür steht. Dafür die WDR-Funktion. Es wird eine kurze Belichtung gemacht, eine lange und daraus ein neues Bild generiert, damit Sie auch bei starkem Gegenlicht sehen, was los ist. Und das eben in Full-HD-Qualität. Der Blickwinkel sind 160 Grad, also nichts Enges, sondern 160 Grad. Das heißt, auch bei einer normalen Installationshöhe, wir empfehlen ungefähr 1,60 Meter, sind auch Kinder problemlos sichtbar. Für diejenigen, die ein Türklingelsystem eher in dieser Höhe haben, auch das ist durchaus üblich, ist das übrigens auch kein Problem. Man kann ganz einfach bestehende Kameras oder neue IP-Kameras damit verbinden. Das heißt, ich drücke hier und eine Kamera dort nimmt das Bild auf und schickt es an einen Innenmonitor. Video Linkage nennen wir das. Bei allen Außeneinheiten und auch natürlich bei den Inneneinheiten gilt Qualität zuerst, spart natürlich auch einiges an Reparaturkosten und sieht schöner aus. Die Teile hier haben verschiedene Schutzklassen, sind spritzwassergeschützt, absolut staubdicht, das Ganze drumherum natürlich, aber eben auch schönes gebürstetes Aluminium. Und der Vorteil von gebürstetem Aluminium, es sieht heute schön aus, morgen und in drei, vier Jahren ebenfalls. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Kommen wir von draußen nach drinnen, denn hier bedienen Sie das Ganze ja. Monitore haben wir in weiß und natürlich auch in schwarz. Die gibt es in 7 Zoll als auch in großen 10 Zoll Varianten. Also ganz so wie Sie es brauchen und so groß wie Sie es sehen möchten. Ein häufiger Wunsch unserer Kunden, den wir nun erhört haben, sind eigene Klingeltöne. Die gibt es einmal für die Außenstation als auch für die Innenmonitore. Sie können also bestimmen, wenn man draußen klingelt, gibt es einen anderen Ton oder gar keinen Ton, aber auch bei den Monitoren selbst, also bei den Innenstationen. Natürlich sind Standardtöne drauf, die meistens auch verwendet werden, aber wenn Sie ein bestimmtes Lied haben möchten oder bestimmte Melodie, kein Problem, laden Sie die hoch und wenn man bei ihm klingelt, kommt nun dieses schöne Geräusch. Sehr häufig auch bei uns in der europäischen Region sind Situationen, bei denen man nicht nur unten klingen kann, sondern auch oben. Etagenruf nennt man das. Sind unsere Geräte etagenruffähig? Ja, sind sie. Wir haben auch noch weitere nützliche Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen mit Ihren Eltern zusammen in einem Mehrfamilienhaus und Sie gehen jetzt zur Arbeit. Ganz normal und Ihre Eltern sind schon in der wohlverdienten Renten. Die sind zu Hause noch, machen vielleicht etwas im Garten, alles möglich. Was jetzt? Ein Paketbote kommt, klingelt bei Ihnen. Sie bekommen das zwar per Handy mit, aber das können Sie nicht groß beantworten, Sie sind ein Meeting. Kein Problem bei uns. Sie können es so einstellen, dass es eine Weiterleitung gibt. Das heißt, erst bei Ihnen und danach, wenn Sie nicht rangehen, wird es zu Ihren Eltern weitergeleitet. Plus, Sie können auch andere Sachen sagen, zum Beispiel, hör mal, nachts um zwei Uhr hat mich niemand aus dem Bett zu klingeln. Es gibt da so ein paar Leute, die machen mal in der Straße da gerne einen Klingelstreich. Kein Problem, programmieren Sie es ein und zwar mit wenigen Klicks und fertig ist. Der Monitor kann noch sehr viel mehr für Sie tun. Denken Sie zum Beispiel daran, Sie sind im Sommer draußen im Garten, haben Ihr Handy natürlich drin gelassen. Das wollen wir ja draußen nicht haben im Garten. Das ist ein Platz der Entspannung und eine Oase der Friedlichkeit. Aber was ist jetzt, wenn jemand draußen klingelt? Vielleicht wollen Sie das ja doch mitbekommen. Das ist gar kein Problem. Schließen Sie einfach einen Funkgong an diesen Indoor-Monitor ein und Sie können auch draußen im Garten das mitbekommen. Oder Sie arbeiten in einer Werkstatt und würden es gar nicht mitbekommen, weil es einfach dort so laut ist, wenn jemand klingelt. Was machen Sie? Schließen Sie einfach eine Leuchte an. Auch das ist kein Problem und wird entsprechend sogar genutzt von Leuten, die Probleme mit dem Hören haben. Also kein Problem. Wir kriegen eine Signalisierung immerhin. Auch sehr gerne genutzt, vor allem mit den 10-Zoll-Monitoren, ist die Darstellung von anderen IP-Kameras. Die Monitore sind kleine Rechenmeister. Sie können also auch verschiedene IP-Kameras dort einprogrammieren und sich per Fingerklick darstellen lassen. Zum Beispiel die Einfahrt, den Hof, den Garten. Was ist da überhaupt los? Sie müssen nicht an den PC, Sie müssen nicht ans Handy das öffnen. Sie können das an einer Stelle zentral abrufen. Kommen wir nun zur App. Zuallererst, die App ist völlig kostenlos und verfügbar für Android und natürlich iOS. Die App basiert auf einem P2P-Netzwerk. Das heißt, es wird über einen Server in Frankfurt eine direkte Verbindung zu ihrer Anlage hergestellt. Der zweite Vorteil ist die extrem schnelle Reaktionszeit. Wenn Sie sich alarmieren lassen möchten, wenn jemand bei Ihnen an der Haustür klingelt, dann bekommen Sie das als Push-Nachricht. Zur Info Push verbraucht kein Akku. Das ist ein Service, der im Handy immer mitläuft. Und vom Klingeldruck bis zur Benachrichtigung im Durchschnitt unter einer Sekunde. Also jemand klingelt und in unter einer Sekunde wissen Sie Bescheid und können sich das angucken. Wer ist da überhaupt an der Tür? Lasse ich den rein, lasse ich den nicht rein? Und natürlich gegensprechen. Was ist jetzt aber, wenn Sie mitbekommen, okay, da war jemand an der Tür um 10.30 Uhr, aber da waren Sie ja noch in einem Termin. Und da wollen Sie jetzt um 11 Uhr gucken, wer war da überhaupt gewesen? Sie wollen ja jetzt nicht extra nach Hause fahren. Kein Problem. Einfach eine SD-Karte in einen unserer Monitore rein und Sie können das ganz bequem über die App abrufen. Wer hat da überhaupt vor der Tür gestanden? War das ein Paketbote und Nachbarsjunge oder wer auch immer? Sie wissen das sehr schnell. Wenn Sie jetzt sagen, das hört sich gut an, das sind genau die Sachen, die ich brauche und ich hätte auch gerne eine professionelle Beratung. Am besten auch jemand, der mir das mal vorführt. Wie sieht das Ganze bei mir denn aus? Funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? Dann schreiben Sie uns einfach die Daten dazu, finden Sie unten. Wir würden uns sehr darüber freuen. Dankeschön.